Ey, Winnie, leg doch mein Handy weg beim Essen, Mann. Ist doch scheiße. What? Ich bin für ein Pyjama. Ich bin auch für ein Pyjama. Moin! Kevin! Du hast das, was wir geholt hast, bestellt. Da kam ich noch mal ganz kurz vorbei, bring das Zeug. Was ist denn hier? Hallo! Das ist zu machen. Vielleicht irgendwann, werde ich die beste Version... Es ist der Final Countdown! Finale! Geil. Oh, voll die Beule! Was war das? Ich habe eine Story von euch gesehen, ja? Wir machen das jetzt! Wo drauf stand in der Story, dass wenn ich bei euch live komme, ihr euch Eier auf den Kopf haut. Machen wir jetzt auch! Und als ich das gerade gelesen habe, dachte ich... Rein! Los geht's! Ich habe eigentlich irgendwann überlegt, ob ich mitmache, aber ich habe leider kein Ei gefunden. Nein! Nein! Mir hat Kevin doch ein Ei gebracht. Das war ein... 2... 3... 4... 4... 5... 5... 6... ...2... ...2... 5... ...2... ...2... ich wollte aber es ist jetzt auch schon vorbei der spaß